Hi Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute testen wir eine Classic Batterie und zwar die Airshow. Wir haben hier 49 Schuss, eine Fächerbatterie. Sie hat sieben verschiedene Effekte, fast 400 Gramm NEM und im Kaliber 20 Millimeter. Steht alles hier oben drauf. Ansonsten könnt ihr ja gerne hier nochmal nachlesen. Ja, gekostet hat sie übrigens 21 Euro. Gekauft wurde sie bei meinem Classic Handler, Hellfire, bei mir hier in der Nähe. Und ja, ich würde mal sagen, für 21 Euro muss ich sagen, lohnt es sich jetzt schon eine Fächerbatterie mit 49 Schuss für 21 Euro. Wir schauen aber uns trotzdem erstmal an, was die so kann und schreibt ruhig in den Kommentaren, würdet ihr diese Batterie auch kaufen für 21 Euro? Oder sagt ihr, nee, da gibt es Besseres. Und wenn es Besseres gibt, schreibt gleich mal rein, welches. So kann man gleich mal nachgucken, welche Batterien es noch so schönes gibt da draußen. Also Freunde, bis gleich draußen. Zur Zündung. Hier haben wir die Airshow. Schauen wir uns mal an, ob die 21 Euro wird. Schauen wir uns mal an, ob die 21 Euro wird. Top Top, wollte ich sagen. Top für den Platz. Zusatz 5 Maschini Bis zum nächsten Mal.